1 Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 4 Multiplayer Wir spielen Erobon auf Golf von Oman Wir sind mit dem Heli unterwegs und wo sitzt der Banause? Auf der rechten Seite Alter, mein ganzer Transport-Heli ist fast voll Ja, dauert mir zu lange, ich fahr lieber mit dem Boot Ja, dauert mir zu lange, guck mal, ich hole gerade auf Ja, aber ich nehme jetzt A ein Oh, ich bin fast down Ich bin bei dir Ich nehme jetzt A ein und wenn ich A eingenommen habe, dann spawnt dann LLW Wow, da ist ein Kampf-Heli Wo bist denn du? Nein Ich bin da und hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch Komm vom Wasser Ist mir egal, LLW, zack Ja, lass mich bei dir spawnen, der holt jetzt nicht den Punkt Ich spawn bei dir, ich spawn bei dir Boah, da ist so ein Pisser als Gunner drin Hinter uns Habe ich gerade irgendwo einen Gegner gesehen, glaube ich Oder bin ich bei A noch? Oh, bei uns sind auch welche und würden wir einen nehmen Richtig, hier links im Haus war einer Oder rechts im Haus? Ich bin betrunken, rechts im Haus Da in den Häusern sind welche Pass auf, ich steig mal aus Pass auf, da kommt ein LLW Ja, hat mich Ich habe aber kein LLW, ist ein BTR Ja, das ist das Gleiche Das ist das Gleiche, nur im Pink, ne? Ja Ich habe auch ein LLW Ja, aber du musst erst mal durch die Wellen fahren Viel Spaß dabei Oh ja, äh Herzlich willkommen zu Unskilled Boat Tours Wir befinden uns hier im schönen Atlantik Und What the fuck, was eine Rauchwolke Hä, was für eine Rauchwolke? Alter Was ist das für ein Sandsturm? Ein Sandsturm Gut erkannt Alter, ich weiß nichtmals mehr, in welche Richtung ich fahren muss War in der Richtung Richtig Ich wollte eigentlich in Richtung Sandsturm fahren, gerade Alter, wie langsam ist denn so ein LLW? Im Wasser stimmt nicht langsam Ja, im Rückwärtsgang sogar noch schneller Ja, das glaube ich Fuck Ne, da habe ich keinen Bock drauf Da zocke ich lieber vorlegen, ey Ihr könnt mich doch mal Ne, sowas geht hier nicht, ja? Shit, ey Alter, es hat Dinge langsam Nein! Hast du den? Wir fliegen F-35 Kampfjets Die sind Der F-35 ist total wendig, ne? Ja, ist ja auch ein Sportjet Scoutjet Scoutjet heißt das, glaube ich Keine Ahnung Hauptsache ich kann fliegen Wenn du's kannst Kann ich nicht Alpha hat's mir schon tausende Male versucht vorbeizubringen Warum ist mein Cockpit offen? Halt da! Oh mein Gott, er kann nicht fliegen Ah Er schießt auf den Panzer am Boden Fliegt auch auf den Panzer zu In den Boden, natürlich So langsam Zieht der Sturm auf Alter, Vater Sieht das geil aus Das sieht wirklich schön aus Muss ich sagen Aber als Jet Siehst du ja gar nichts mehr Ja, so ziemlich Aber als Sniper Hast dann auch keinen Bock Mehr das Spiel zu spielen, oder? Ne, ist dann nicht mehr Das sieht ja aus wie Battlefield 2 Dann mit diesem Kampfnebel, ey Da war auch noch 20 Meter Immer Nebel Da ist ein feindlicher Panzer Oh Mann ey, da sind aber auch immer viele Ganz ehrlich Du hast die richtige Beschissene Lobby ausgesucht Warum? Weil das Team scheiße ist Hast du nicht gerade Unrecht Aber wir schaffen das doch wohl Trotzdem, oder? Ich hab dir über 100 Schaden gemacht Ich hab 120 Schaden gemacht Wieso lebt der Scheißpanzer noch? So, jetzt sind hier erstmal alle weg Der raucht noch nicht mal Das kann doch nicht sein Mach schon Bewegung Einsatzstil Charlie wurde neutralisiert Ich weiß gerade nicht wo ich hinfahre Sehe nichts Bist du im Heli? Nein, aber hier hängen Sniper rum Bei C, pass auf Boah, Alter Wir können Worauf ich voll Bock drauf hab gerade Ist Capture the Flag Echt? Capture the Flag auf Metro Alter Vater Hatte ich da Schiss, ey Aber das war so Idiot Wenigstens noch den Gegner Versuch zu markieren Also ich renne hier mit 4-3 rum Nur mit 7-7 Okay Äh Ich hätte gerne den großen Heli Heli So Den Die Viper Der Einzelte Tangle Stone Bei B Die Viper 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 Gebt mir doch bitte die Viper, bitte. Ich will die Viper. Du musst mal spotten. Ja, mach ich gleich. So. Ja, aber du kannst hier nur noch spotten, wenn du nah dran bist. Oh, what the fuck. Was war das denn? Das war die Bomben, die da rumlag, dieser Koffer. Ich wusste nur nicht, dass die so nah explodiert. Ja, ich bin hinter dir, ne? Ja. Ich glaube, ne RPG dabei. Ich auch. Ausgeschaltet, nur noch einmal drauf, dann ist er weg. Ist down. Was denn, sauber. Hallo, Dream Team, ja? Ganz eindeutiges Dream Team. Ach, wir haben C schon. Ja, dann auch zu D. Ja. Du musst mich jetzt ein bisschen schützen, weil guck mal, was ich in der Hand hab. Bööö, leg, leg. Biss, Fanate. Da steht, ein Panzer. Wo? Da. Der, wo ist da? Ich hab ihn dem markiert. Ja, ja, hab ich zu spät gesehen. Wo ist der hin? Boah, zu C. Ja, der hat mich totgeschossen, so. Ja, mich auch. Ist down. Der ist down. Ja, aber das ist... Aber das ist... Für 697, oder so. Äh. Komm, wir nehmen uns hier den BTR bei A. Die LRV von, auf A. Hast du einen Aktivschutz und sowas? Komm, wir tauschen. Ja, warte. Ja, warte. Du Idiot! Geh rein. Hallo. Danke. Jetzt. Ich hatte keine Lust, A zu drücken so oft. Spacko. Einmal raus und rein. Geht schneller. Ja, hab ich mir auch gedacht. Aber nicht, wenn der Ansgret dabei ist. Und der genauso schnell nachspringen will wie du. Alter, ist das ein... Alter, ist das ein Sturm. Ja, aber ich finde, das wird nachher Zeit sogar besser wieder. Das klart sich ein bisschen... Ja, nee, das ist richtig so. Es klart sich wirklich wieder auf. Das weiß ich. Aber trotzdem ist das ziemlich, ziemlich geil. Auf C, da ist ein BTR oder LEV oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. BTR. Wenn ich irgendwie nix schaden mache, das ist doof. Komm mal so rum. Ja, pass auf, ich hab ne RPG dabei. Einmal überraschen. Der ist rausgesprungen, ist down. Räst du mich wieder einsteigen? So, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, waren das alle? Ja, ich glaub schon. Okay, sitzt wieder drinnen. Bin drinnen. Ja. Heli, hab ich down gemacht. Oder du? Ich weiß nicht, glaub du. Yay. Ich hab auch hier mal ausgeschaltet. Ja, dann hab ich den getötet mit der 30mm. Haben wir eingenommen. Yay, level up. Ja, ich glaub, bin ich da ja auch. Wohin fahren wir nach? Ha? Ha? Alles klar. Ja, ich packe mir eben nur nen Boost rein. So, weiter geht's. Ja, nen Boost könnte ich auch verbrauchen, ey. So nen 100er Boost nochmal. Warte, ich steck aus. Oh, fuck, fahr doch nicht weg. Ich muss nachladen. Alles kaputt. Okay. Ich hatte da mir noch nen RPG in der Hand, aber ich musste die RPG erstmal nachladen. Da ist ein Gegner. Ja, schießt mit deiner Sniper, mit deiner Scheiß-Semi-Sniper auf den Panzer. Das macht so viel Sinn, Kollege. Mach das wirklich, ja? Mit Fall. Ich glaub, da will jemand einsteigen. Ja, soll da rein. Das ist doch also ein cooler Name. What the... Hinter uns? Irgendetwas? What was that? Da liegt jemand. Wo? Da. Da. Pass auf, von hinten. Einsatzstil, Alter, ist jetzt unter unterer... Ist down. Lass dich wieder einsteigen. Ey, wir haben die aber jetzt ganz schön gut zerfickt, ey. Guck mal auf die Tickets. Ja. Alter Vater. Wir pounden die grad... Da. Jeep. Ich treffe nicht. Ich auch nicht. Ich hab vier Treffer gesetzt, ja. Ich hab gar kein gesetzt. Mieeees. Ja, nochmal zwei Treffer. Ist der Down-O-Wüste hingefahren? Der ist da und das ist kaputt. Aber kümmer, ob wir einnehmen, wo wir schon mal hier sind. Die Punkte. Richtig. Ja, ich... Südlich Panzer. Hast du den? Ich seh den nicht. Ist der Heli. Krott. Ja, Leute. Das war's dann auch mit dieser Folge Battlefield 4. Multiplayer mit dem Second Assault DLC. Letzten Worte gehören dem Gast. Ja. Tschüss. Wow, ich hab Umfeldscan beim Schützenpazzer freigeschaltet. Und IRNV-Optik. Und... Was weiß ich nicht. Tarnung. Und Nebelwand. Und... Schütze IRNV. Infrarot. Ja. Alles dank mir. Gern geschehen. Ich hab da... Ich hab, glaub ich... Uns... Conquest Service da. Level 25. Ich hab heute drei Level gemacht. Ja, ich bin Level 72. Und da hab ich, glaub ich, auch drei oder vier Level. Ach, jetzt mal. Ich will gar nicht... Boah, 43.000 Rundenboost gesamt. Äh... Ich bin noch in LLW. Ich brauch eine LLW nochmal. Ja, Leute. Hau da rein. Ich bin noch in LLW.